so also das ist meine blattstellung hinten so sieht es aus das sind viereinhalb kugelpfannen reindrehen das unterste blatt etwas mehr zum heckrohr hin das obere blatt zeigt mehr vom heckrohr weg ich habe gestern noch mal fast mein helikopter gecrasht weil ich wollte es jetzt unbedingt noch mal wissen ob 95 mm lange blätter ob sich das fliegen lässt mit 1250 umdrehungen auf dem kopf und mal 4,5 hinten hat nicht funktioniert also die 95 blätter halten also damit kann man gerade so abheben ich habe dann den i wert auf 145 gesetzt und geschaut ob sich da irgendwas von flightcontroller justiert oder also einfach mal pid werte alle lassen so wie sie sind erst mal einfach nur blätter austauschen und sehen wie es fliegt also 115 115 10 für rollpitch und tail einfach mal blätter hinten austauschen sehen was passiert hätte fast mein helikopter gecrasht also mit den 95 blättern also das ist wirklich mit 95 blättern das ist nur noch pustekuchen hier in die richtung wenn es zählen hier die richtung geht aber man merkt wie das so langsam erst mal anfängt anfährt und dann also da merkt man schon low rpm scale heckrotor blätter das ist ja ich weiß nicht was man sich vorstellt und dann low rpm immer noch ein rätsel ist es mit knapp 5625 umdrehungen sind es dann glaube ich hier hinten dass das nicht funktioniert mit 95 blättern die 105 millimeter langen blätter das geht schon wesentlich besser würde ich aber nicht empfehlen weil wenn wind dann könnte euch das tail im fluge irgendwann abhauen und dann habt ihr auch kein freudiges erlebnis weil mir ist gestern mit 95 millimeter blättern das habe ich mit dem schon einmal gehabt der helikopter ich habe den helikoptern schon fast abschreiben können aber dank der safe stability einstellung hat sich der helikopter noch mal fangen können aber bei dem ist mir das gestern also wirklich in bodennähe abgehauen das tail und hier ist es mir einmal passiert wie gesagt in luftiger höhe haute mir das tail auf einmal ab und man hat überhaupt keinen einfluss da irgendwas zu machen deswegen die safe stability on ist manchmal wirklich nicht doof dumm das wenn das mal passieren sollte kann der helikopter dann noch an der flight controller noch was retten also ich habe wie gesagt gestern mit 95 versucht in bodennähe zu fliegen mit vollausschlägen links rechts am tail und irgendwann ist es mir dann abgehauen und ich konnte den helikoptern nicht gerade noch so sicher absetzen das war knapp die 105 millimeter blätter wie gesagt das geht schon besser vielleicht wahrscheinlich vielleicht ist es geschwindigkeitsabhängig oder man muss ewig lang rum experimentieren bis man da die ideale rpm zahl gefunden hat ich weiß nicht wie das andere modellbauer machen dass sie das schaffen da so kleine blätter hinten dran zu kleben und ihre vier blatt blätter kann ich euch nicht sagen vielleicht haben sie eine andere übersetzung vorne hinten vielleicht verraten die das irgendwann mal wie sie das machen jedenfalls jetzt mit 115 millimeter blättern also damit habe ich ein ganz sicheres stabiles flug erlebnis das kann man gut fliegen mit dem 5 blatt rotor das geht wie gesagt mit fliegt jetzt nur noch mit 115 115 10 für rollpitch und tail da wird nichts mehr verstellt oder geändert konzentriere mich jetzt eigentlich nur noch beobachter den hofer offset wird genau in der hoffnung dass sich der motorregler da gut einstellt und die mit größtmöglichste effizienz da aus dem motor rausholt und dem akkupack bei fünfe und halb minuten flugzeit da will ich auch nicht weiter großartig umändern den gyro lasse ich auch auf 100 prozent also ich sage gebe euch die werte noch mal durch hier alles 100 prozent in allen modis fliegt ja nur in einem modi also deswegen das ist meine trottel curve das sind diese 1251 laut die kalt auf dem hauptrotor das ist meine pitch curve hier mit dem expo eingeschaltete leichte kurve und dann so einen leichten negativen pitch fliegt sich besser diese leichte kurve expo ist auf 35 auf allen kanälen auf einen flugrichtungen fliegt sich auch sehr smooth angenehm das funktioniert auch gut 50 ist ein tic zu hoch das ist wirklich gut auch sehr angenehm wenn es alles so ein bisschen sich so ein bisschen zeitverzögert fliegt das ist so ein bisschen und also so ein bisschen zeitraffer ja das war es eigentlich schon gestern den travel noch um fünf mal aufgesetzt und zu sehen ob sich da was verändert also eine kurve fliegt sich jetzt irgendwie besser das einzige wo mich echt enttäuscht bin mit dem flight controller ist gute motor starten nicht geht aber die größte enttäuschung ist eigentlich echten helikopter maß und die eigene achse mit so einer leichten schraube nach oben drehen lassen also das geht in eine richtung in die richtung glaube ich geht stabiler und in die richtung wird es ist es fliegt instabiler da ist mehr drifte in die richtung ist es weniger drifte also das ist weniger eier tanz das ist mehr eier tanz ich habe es nicht verstanden warum wieso weshalb da kann man machen was man will also das hat glaube ich mit dieser etwas schiefen taugelscheibe zu tun oder auch nicht kann ich euch nicht sagen aber das war es für mich so ein bisschen die enttäuschung wenn ich gedacht hatte mensch so ein flight controller zu dem preis also da kann man schon ein bisschen gutes stück mehr 50 prozent mehr an stability erwarten das ist noch nicht das gelbe vom ei im wahrsten sinne des wortes ansonsten habe ich jetzt wirklich mit den werten die ich euch gezeigt habe und den tipps die ich euch gegeben habe habe ich jetzt wirklich das maximum an stability da rausgeholt was geht und hoffe dass das jetzt vom flug anfang bis ende dann auch bis zum absetzen dass das ein schönes seichtes absetzen ist und nicht so so ein so ein absetzen oder so ein absetzen nein das ist es nicht also das hat mit dem hopper offset wert zu tun wenn der controller und der motorregler da nicht 100 prozent zufrieden sind dann geht das wieder los aber das ständig umzustellen verstellen irgendwann muss es sich dann auch mal selber einstellen dass es auch so bleibt das ist mir wichtig ansonsten habe ich jetzt wirklich das maximum ausgeholt was geht mehr geht nicht glaube ich nicht jetzt ist das maximum erreicht also wie gesagt fliegt sich schon sehr schön dass das sind so richtig schöne smoothe sanfte bewegungen und kein auch härterer nehmen was sie trotzdem noch sehr super die flugmanöver sehen sehr flug echt aus hier flugraten lh90 glaube ich drüber etwas höher wir üben schon mal flugraumüberwachung finde ich gut so könnte ruhig noch mehrere drüber fliegen am besten so ein 10er pack gleich mal so eine staffel flug wie auch immer das habe ich jetzt alles durch getestet jetzt bin ich glaube ich wirklich am ende der fahnen stange ich weiß jetzt auch nicht mehr finde ich noch und die sitzt manchmal nur da und bin überlegen was man jetzt noch ändern könnte aber irgendwie da jetzt noch großartig rumzutüfteln macht jetzt keinen sinn weil das ist jetzt wirklich schon sehr sauberes stabiles flugerlebnis auch mal so gut geschwindigkeit pitch vorwärts geflogen aber das sind zwei ganz wichtige flugmanöver die ihr fliegen solltet erstmal in die mitte im rasen stellen und den helikopter mal so in zehn meter radius um euch umkreisen lassen so leichter pitch vorwärts oder auch nicht und dann roll tail links rolle links und dann schauen wie sich das so fliegt einmal so rum und einmal so rum und dann sollte es sich möglichst gleich fliegen das ist ein wichtiges flugmanöver noch und wie gesagt die schraube nach oben also das habe ich wie gesagt schon mal durch getestet wenn man das dann einfach mal so den helikopter sich so nach oben schrauben lässt irgendwann wird es dann stabiler und pendelt sich dann irgendwann ein ich glaube schon dass das mit diesem tail adjust zu tun hat was der flight controller da in fluge macht also ihr könnt der pd werte einstellen was ihr wollt weil der flight controller versucht das im flugmanöver noch ein bisschen nach zu justieren deswegen flattert das teil manchmal etwas und manchmal flattert es gar nicht das hat also wie gesagt mit dem flight controller zu tun der da am teil gain da noch rum justiert und versucht wahrscheinlich irgendwie windwetter windrichtung kann ja auch nicht sagen was der da genau noch irgendwie versucht zu optimieren p und i werte da ein bisschen aufschraubt oder runterschraubt aber das sieht man ja daran dass das tail dass das höhenruder manchmal flattert und manchmal flattert es gar nicht also das ist dieser tail gain adjust der da stattfindet vom flight controller und ich glaube auch dass das was damit zu tun hat wenn man den helikopter hier diese schraube nach oben dreht dass da in in der drehung da versucht der flight controller irgendwas zu adjusten und wenn da irgendwas nicht richtig adjusted ist dann ist hat man so leichten drift und deswegen sind dann die die ist denn die schraube nicht mehr in roto achse eine genaue schraube eine schöne kreisdrehung sondern sondern eher so ein eiertanz es ist irgendwo in irgendeine richtung jetzt dann halt hin das hat schon mit diesem tail gain adjust zu tun aber ich bin jetzt bei 100 prozent also das maximum jetzt hole ich jetzt raus aus dem flight controller an empfindlichkeit und wenn sich dann einmal eingedreht hat wenn er das einmal durch geflogen habt es hält nicht also könnte es dann beim nächsten mal wieder starten und fliegen und es ist aber nicht es bleibt nicht konstant weiß jetzt wie gesagt nicht ob das irgendwie was mit winden zu tun hat was der da abcheckt am an vor dem abheben schon ob da irgendwelche winde seitwärts blasen oder vorwärts oder von hinten also wenn wind von hinten bläst also dann merkt man fliegt sich nicht so schön also wind richtung von hinten und so das ist ein bisschen unangenehm finde ich fliegel kopter fliegen bin von hinten also so gesagt ist so meine erfahrung aber ich habe ich jetzt alle werte durch genannt und wie das einstellen ist müsste damit gut fliegt mit den 115 mm länge heckrouter blättern von der plattschmied 95 geht nicht 105 gefährlich vorsichtig gerade so aber 115 den habe ich schon hart angenommen mit 115 blatt länge und das hält gott sei dank endlich mal aber dass der flight controller fc 6250 hx das ist schon echt ein ziemliches tail ich weiß nicht wie andere v stabis und microbeasts und wie sie alle heißen da arbeiten aber ich wollte jetzt einfach nur ein flight controller den ich an die von der anlage aus programmieren kann und wie so ein computer braucht dazu windows rechner usb kabel hier noch irgendwelche usb kabel anstecken rechner ständig davor stellen und irgendwelche werte einstellen das ist ja auch durch das konzept wenigstens kann man das einprogrammieren dann über eine anlage machen wenn man schon selber intelligent denken müssen damit man weiß welche werte man genau eintragen muss aber ich habe jetzt ist es fliegt schon geil dieser der wäre ich soft motor start ist noch das problem und diese ganz stabilen schraube nach oben das hat wie gesagt mit diesem tailgain adjust zu tun der der im flugel stattfindet von dem flight controller das ist noch so ein bisschen da traue ich spektrum ob wir noch nicht 100 prozentig muss ich ganz ehrlich sagen das tail ist wirklich das tail 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 das ist wirklich und der fc 6w 50 hx das ist schon eine schwierige nummer